willkommen zurück zu einer weiteren folge fort mit hier auf meinem kanal hier ist die aufgabe die wir machen wollen und die wärmer jetzt auch mal versuchen zu erledigen entschuldigung zwei plätze shifty shafts und was mondfalke sonnenvogel und mondfalke alle gleichzeitig wir markieren uns erstmal den aber ich denke wir fliegen als erstes zu dem da war meine luft weg oh mann ich soll zwischen während ich rede mal zwischen luft holen so ja wir lassen uns mal einfach überraschen ich hoffe der bus fliegt gut und nice so der fliegt ja gut wir landen als erstes bei mondfalke und gehen dann zum sonnenvogel und dann kaufen wir mal dass wir eventuell genügend xp farmen dass wir ich muss jetzt raus springen sonst fliege ich noch weiter weg dass wir genug xp fahren fürs nächste level up das muss auf jeden fall sein aber auch packen mit ein langschiff aus ähm tilte towers ist die steht wieder die stadt steht einfach wieder creepy war doch erst zerstört so sollen vogel und mondfalke vielleicht schaffe ich es auf dem berg zu landen das wäre praktisch dann könnte ich von da runter sliden vielleicht findet man ja auch noch eine kugel das wäre episch landet hier einer okay ist natürlich noch besser dann markieren wir uns mal ganz kurz das hier so erst mal schnell kiste ach eine kack waffe so andere frage wo ist mondfalke und so weiter hey gott und ich jetzt ganz kurz Ah shit, mal gucken ob ich das in der Runde hinkriege. Ah, danke dafür. Einer hat die Fußstapfen von dem da. Ich dachte gerade ernsthaft, hier ist einer. Oh nice, 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 nice. Die nehmen wir auch noch mit, wenn es eine Billowwaffe gerade ist von der Farbe her. Wir müssen aber wieder dort hin tatsächlich. Da wird geschossen, ne? Ich weiß aber nicht, was ich hier machen soll. Ach, interagiere. Ah, mit den NPCs reden. Da brauche ich ja gar nicht. Ähm, wo war der nächste? Gorte. Da werden wir jetzt auch mal hinrennen. Auch wenn es in der Zone liegt. Das sind die NPCs, mit denen ich tatsächlich quatschen muss. Gute. 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 Wo ist der? Der muss also irgendwo hier drunten, äh, unten drinnen sein. Scheiße. Hä, wo ist der? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Wenn ich das schaue, dann bin ich aber Weltmeister hier. Da ist er. Da ist er. Oh. Nice. Ich habe es echt noch geschafft, geil. Wow, hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich tatsächlich von mir selber nicht gedacht, dass ich das schaffe. Da ist er. Da ist er. Blauer Biggie. Blauer Biggie. Da ist er. Okay. Ja, Sniper brauche ich nicht unbedingt. Gut. 22 Leben noch. Ja, schieß du mal. Ja, schieß du mal. Okay. 4 Kills. Holy shit. Nice, nice. Cool. Ja. Ja, schieß du mal. Ich höre das Geschieße. Da hinten irgendwo. Da hinten irgendwo. Ja. 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 Ja, ich hab. Ja. 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 Ja, ja. Das war's. Ach, das ist der hässliche Zweischuss-Schrotze, oder? Das war's. 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 Oh, 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 oh. Oh, ja, ja. Oh Oh Wow 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 Ein Spieler noch Scheiße Alter Wenn der bisschen Denn Aber Ich Er da bin ich happy Geil Ja Also, GG an mich Da bin ich echt happy Wow Das ist für mich ein Erfolgserlebnis Tatsächlich Nice Jo, was soll ich sagen Ich bin einfach nur happy Ich muss ganz kurz zu den Aufträgen rein Was habe ich denn alles abgeschlossen Oha 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 Ja, gut Ich bin happy Damit kann ich die Folge beenden Wenn euch die Folge bis hin gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben Da, lasst Kommentare Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video Bis dahin bleibt entspannt Gnicht den Tag und bye bye bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal to j